Moin sind's meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play vom Breakforce. Ihr seht schon, Starlight XT heißt in MovieLife Erdem Hagan Yargi. Ja, das war jetzt die Info des Tages. Ich entschuldige mich dafür, dass heute, beziehungsweise gestern kein Video kam, weil ich nehme es jetzt hier am Donnerstag auf. Ich musste mega für eine Englisch-Klasse-Arbeit pauken, ich schreibe auch morgen Geografie-Test. Und ich habe auch jetzt gesagt, eine Runde-Aufnahme mit dem Lieben Al-Holi hier, dem ich gerade auf den Kopf geschissen habe. Und danach eigentlich nichts. Ja, danach bin ich auch wieder auf ein paar Geo. Ich habe heute erst so richtig angefangen mit Lernen. Hälfte kann ich jetzt... Die sind nur... Alter! Die sind um. Warte, wir haben nicht alleine vor. Der eine ist ganz um. Ja. Wäre vielleicht eine nützliche Information gewesen. Der ist da oben. Ja, der andere ist unten. Lass mich durch. Ja, ja, ich kann da nicht hingehen. Geh du mal da hin, dann gehe ich hier. Shotgun down. Lol. Ja, wahrscheinlich... One-shot-Hälfte. Nur weil er mich jetzt nicht instant gezogen hat. Alter! Ich habe das Gefühl, das wird jetzt auch Gewehr. Ich kassiere noch um die. Alter! Der macht Reload-Bug. Der hat kein Premium mehr, aber... Der macht Reload-Bug und gerade eben hatte ich ihn lag des Jahrtausends. GG. Letztendlich, ich habe auch immer so Standbilder manchmal. Mal. Leute, du hast ein 800er-Bing. Nö. Meiner ist normal. Please ohne GB an, Rudi. Alles klar? Die sind... ... beim Zoom-Milf. Geh da... Ach, die sind beide an der Zoom-Milf-Stellung. Beide. Kann ja mal einen reinmachen, also... Mich kein Thema. One-shot... Ähm... Keine Rüstung mehr. Beziehungsweise quasi keine Rüstung mehr. Inks hat aber auch kein Premium mehr. Also wir können auch meinen... ... nix ein bisschen machen. One-shot... Hat One-shot noch Prämie? Weiß ich nicht. Ich habe aber keins mehr. Ich habe gerade noch so... Ah, ich komme nicht an One-shot dran. Der glitcht ein kleines bisschen... Zu nice. Nein! Boah, wie Scheiße. Ich aime. Mein Aim ist gerade wie Markus Belinda. Geh da weg. Weiße. Ja, ich bin weg. Die kommen, glaube ich, nach. Die kommen nach, wo man keinen sehen kann, ne? Ich glaube, die kommen nach. Jetzt machen wir den Trick 17. Und gleich werden wir als Lux beschimpft, da wir glitchen. Ja. One-shot habe ich. Der andere ist back. Jetzt schreibt er wie low. Was hast du? Die campen. Das hast du, okay. Ich habe es auf Video. Ja, ihr habt es gesehen. Der hat haar genau dasselbe gemacht. Ist die noch da hinten am Campen? Ähm, keine Ahnung. Hat Shotgun noch Prämie? Der hat mich dann noch komplett weggeglitscht. Shotgun hat kein Prämie. Soll ich mal den Unholy mit dir machen? Ja, ja. Was meinst du, warum ich hierhin laufe? Okay. Shotgun ist da oben. Äh, lol. Oh komm, One-shot hat gerade Tausender ping. Sorry, ich habe gerade um die Ecke noch, als ich schon weg war, alles gefressen. Jo, warte, ich komme. Lauf jetzt hierhin. Boah, Alter, das ist echt ein... Wie soll ich das ausdrücken, ein sehr spannungsgeladenes 2x2. Einer geht durch. Shotgun hat keine Rüstung mehr? Äh, One-shot. Die Arme sind so ziemlich gleich, ne? Also, das ist ziemlich riskant, was ich hier mache. Ich habe 100 Life, ne? Ja, ich habe... Komm mir hin, komm mir hin. Wo? Die Idee, der Shotgun wird, glaube ich, gestoppt gelassen. Ja, das ist wieder so... Der macht jetzt auch den Zoom-Wilf. Der ist jetzt wieder unten. Ja, gehen wir nochmal da vorne hin. Ja, gehen wir nochmal da vorne hin. Jo. Alter, da weiß ich so... Weiß sowas, das hasse ich das. Wenn der hinten schon... Alter, der macht Nachladebuck. Der macht der ja auch. Hab ich ja vorhin auch schon gesagt. Das ist echt das spannungsgeladenste 2x2. Das ist jetzt ein Life-Up-Hater. Boah, Shotgun hat richtig gut hier gerade gemacht. Wir nutzen diese Verzögerung... ...und sehen mal zu, wie man Waffen wechselt. Ich glaube, der geht wieder hier hoch. Ja. Oh, lol. Hat der dir richtig gegeben. Alter, der hat nix mehr. Komm, der hat kein Premium mehr. Ich hab noch 100 Life. Geh mal, geh mal gerade da hin. Kann ich mal den Zoom-Wilf probieren? Ich kann noch ein Magazin verballern. Warte. Geh da hin. Ich hab noch 30 Schuss zum Nachladen. Ohne Spaß. Das sind solche 2x2, die ich einfach hasse. Weil die Gegner campen, hinten machen Reload-Buck, äh, keine Rüstung mehr. Die wurden mir durch ein Lack des Jahrtausends gezogen. Der eine hatte nämlich gerade ein... Ich muss aufpassen, dass Shotgun jetzt nicht aufs Dach geht. Nee, 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 warte. Ich geh mal ganz. Doch, hier, Dings geht aufs Dach. Also Shotgun war gerade oben. Die sind beide oben. Einer am Glitcherpunkt, der andere oben auf dem Dach. Doch, Shotgun kommt. Shotgun kommt hierhin. Ja, ich bin da. Er hat nix. Jetzt wird der andere durchgehen, denk ich mal. Ja. Ja, der ist durch. Ich kassier einfach um die Ecke. Das ist einfach so, so, so lang. Boah, alter, wie low der auf Nahkampf ist. Der hat, ähm, steht kurz vor Prämie. Warte, ich komme. Nice. Übrigens, dass du den gerade geholt hast. Der hat quasi nix mehr. Die gehen back zur Base und werden sich wieder hochlassen. Ja, okay, ich hatte eh keine Probleme mehr. Der eine, der steht da vorne, pass auf. Ja, ich weiß. Das ist das... What the fuck, bevor ich sie sehe! Ja, dann hör auf. Komm, 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 komm weg. Ja, ich weiß. Warte. Das kann nicht sein, warte. Die haben beide nix mehr. Die kommen jetzt beide nach. Beide kein Prämie übrigens. Ich auch nicht. Ja, dann lass die rushen, würde ich sagen, oder? Wenn du alles hast. Ich hab, ähm, eigentlich... Okay, durch. Ich auch, komm nicht. Sehr gut. Also, ich möchte, Leute, bitte achtet jetzt nicht auf meine Kardia. Bitte achtet darauf, dass ich nur durch Lex sterbe. Alter, mit 1, mit 1, 4, 4 reißt du einfach mal nix ein, ey. Der eine ist, glaube ich, schon durch. Der eine ist schon durch. Ja, der steht da noch. Der ist am Quitsch. Der macht den scheiß Reload-Bug, ey. Oh mein Gott, der hat kein Premium mehr, ich ahne. So ein Low-Handler. Aber wir machen jetzt hier den M8-Fun. Sag mir, wenn die kommen. Der eine wird jetzt von unten kommen. Ach, ja, logisch. Keine Ahnung. Ich vermute es. Nice. Der andere steht da auch noch. Ach. Der hat auch GB reingehauen, der hat auch GB reingehauen. Ich hab kein GB reingehauen. Nein, der andere. Der hat sich hingesnieden, hat mich ins, der hat mir ins in fast 200 Life gezogen. Der hat kein Zonium mehr. Totkan, komm. Ja, ich weiß. Mein Gott. Boah, wie mir ist so auf den Sack. Totkan ist so schlecht, Alter. Ey, meine KD, ey. Maaan. Na gut. Egal, mit dem Unentschieden können ich leben. Aber schade, Totkan hat wirklich nichts mehr. Ja, komm, da brauchst du jetzt auch noch mehr hinzugehen. GG kannst du denn ja nicht schreiben. Na gut, Leute. Ein etwas langweiligeres. 2-2. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.